Hallo ihr Zauberschönen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hatte euch ja gestern quasi Bescheid gegeben, dass am Samstag kein Video gekommen ist. Gestern hatte ich keine Zeit, aber heute nehme ich mir die Zeit, selbstverständlich. Und ich mache heute mal wieder was Blumiges, denn ich möchte unbedingt die Rubbelbildchen benutzen, die ich euch am Freitag gezeigt hatte. Genau, die Blümchen nämlich. Kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Das sind diese hier. Die sind so wunderschön. Und da wollte ich heute unbedingt was nutzen. Ihr seht, ich habe hier noch nichts vorbereitet diesmal. Ich habe wirklich nur alles rausgeholt, auch noch nicht zurechtgeschnitten. Und ich mache heute mal... Ach, machen wir mal Standardmaße vom Kartenrohling. Machen wir mal 15x21. Ich könnte mal wieder eine D-Lang-Karte machen. Fehlt mir sogar ein bisschen. Aber für das Maß würde ich heute gern ein Standardmaß nehmen. So, ich hänge hier irgendwie über die Kante. Ich hoffe, es geht trotzdem. Ja, das ist ein bisschen schwierig. So, 15x21. Da muss ich hier kurz mal ausklappen. Irgendwie seid ihr heute sehr nah dran. Irgendwie habe ich die Kamera heute komisch eingestellt. Aber ich hoffe, ihr seht alles. Wenn nicht, ich quatsche ja eh nebenbei. Okay, könnt ihr quasi auch ein Hörspiel draus machen. Ich erkläre euch ja alles nebenbei. So, falls ich noch nicht, denn ich möchte jetzt erstmal quasi den Hintergrund gestalten. Also Falzen mache ich dann später, weil sonst hätte ich jetzt vorher schon eine Falzlinie, die mich dann so ein bisschen, ja, quasi behindert. Und da habe ich mir rausgesucht, diesen neuen, nee, diese neue Schablone, so. Das sind zwar, also heißt Sterne. Ich finde aber, die kann man auch super als Blumen durchgehen lassen. Ich hätte nämlich einen schönen Blumenhintergrund, wenn wir schon die Rubbelbildchen mit den Blumen benutzen. Kann man ja den Hintergrund auch ein bisschen blumig machen. Und ich würde gern quasi die Vorderseite so ein bisschen und hinten auch so, also dass es von hinten nach vorne so verläuft und dann quasi die Falz reinmachen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und da nehme ich mir jetzt die Schablone, habe schon ein paar Distress Oxide rausgeholt in rosa. Ich wollte mich so ein bisschen an den Farben der Blumen hier orientieren. Aber es ist ja manchmal ein bisschen schwierig, gerade diesen Farbton zu treffen. Da muss ich mal sehen. Ich habe hier pink, bis über pink und rosa und pink, sowas. Dieses Victorian Velvet, das gefällt mir so gut, weil es so schön schlicht ist. Vielleicht fange ich damit an und mische dann noch irgendwas mit rein. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber so könnte es ungefähr werden. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt extra das festklebe. Bräuchte ich eigentlich nicht unbedingt. Aber ich mache es mal trotzdem, sonst ärgere ich mich dann nur wieder, wenn ich verrutsche. Also klebe ich mir das jetzt einmal fest. Und ihr seht schon, das ragt weit drüber. Das ist ja hier nur noch der letzte Rest, quasi vom Rücken. Und das ragt schon bis über die Hälfte. So, und dann werde ich jetzt einfach so ein bisschen verteilt das Ganze auftragen. Und dann machen wir erst die Falz rein. So. Das reicht mir schon. Ich wollte das gar nicht so dunkel haben. Und ich belasse das auch bei der Farbe. Ich finde die so, so schön. Das ist so ein Alt-Rosé. Dann gucken wir uns das jetzt einmal an. Ob es denn wirklich reicht. Aber ich denke schon. Ich wollte das wirklich nur ganz zart haben, dass so ein bisschen was im Hintergrund ist. Dafür könnte es schon wieder zu viel sein. Ich kenne mich aber. Ich kann ja dann nicht aufhören. Wie so oft. So. Ach, das sieht so schön aus. Diese Farbe ist so herrlich. Ich hätte wahrscheinlich noch weiter hoch gehen können. Aber wir ziehen jetzt mal die Falzlinie. Und gucken uns das mal an. Wie weit das denn drüber ragt. So. Einmal bei 10,5 Falzen. Hier. Man hätte sich natürlich auch vorher eine Markierung machen können. Dass man weiß, bis wohin man gehen möchte. Oder wie weit man drüber geht. Aber ihr seht schon. Hier der Teil geht drüber. Ich finde das sehr schön, wenn das so ein bisschen drüber läuft. Das ist doch. Das ist doch schön. Man hätte es wirklich ein bisschen weiter runterziehen können. Das ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Das könnt ihr ja gern machen. Das ist quasi so ein bisschen wie, als würde man Designerpapier als Kartenrohling benutzen. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht. Finde ich auch immer sehr, sehr schön. Weil dann hat man gleich was im Hintergrund. Aber so kann man auch diese wunderschönen Schablonen mal wieder benutzen. Sehr schön. Ich finde wirklich, das geht als Blume durch. Nicht nur als Stern. So, da haben wir schon mal unseren Kartenrohling und den Hintergrund. Wir werden da keine Mattung oder ähnliches noch draufpacken. Denn jetzt kommt unser Blümchen drauf. Und da habe ich schwer überlegt, wie ich es denn gern hätte. Weil die so eine längliche Form haben, hätte ich eigentlich gern Oval gehabt. Das wird mir aber zu groß. Ich habe nur ovale Formen, die wirklich sehr oval sind. Dann wird was abgeschnitten. Also ganz, ganz. Das war schwierig vorhin. Das rauszufinden, was ich dann nehme. Ich habe mich jetzt für rund entschieden. Und zwar für diese Platzdeckchen. Und da werde ich jetzt auch gleich nochmal schauen, ob wirklich die Größe auch hinhaut. Und ob ich nur das Platzdeckchen nehme oder ob ich das Platzdeckchen als Hintergrund nutze. Quasi dann nochmal eine Farbe mit dazu packe. Aber die Größe, das geht gerade so. Größer dürfte es wirklich nicht sein. Dann sieht man wieder so viel vom Hintergrund nicht. Und ich habe mich für die mittlere Größe entschieden. Hier gibt es ja klein, mittel und groß. Und ich glaube auch Mini-Format. Und genau, hier gibt es auch nochmal ein Mini-Format. Aber ich hätte gern die mittleren, die kleinen waren mir zu klein, die großen sind mir zu groß. Also jedenfalls für diese Kartenform. Und das dürfte wirklich genau reinpassen. Ich war mir auch noch nicht sicher, was ich hiervon nehme. Die Gießkanne. Das Glas. Oder sogar den Briefumschlag. Den finde ich auch sehr schön. Da würde ich aber vielleicht, obwohl der passt ja genau rein. Oh, der ist aber schön. Ob der hier gut drauf passt. Den würde ich jetzt fast nehmen, weil der füllt das wirklich richtig gut aus. Oh, habe ich doch meine Wahl schon getroffen. Sehr schön. Da brauche ich jetzt gar nicht weiter darüber überlegen. Das hatte ich vorher gar nicht gesehen gehabt. Dann nehme ich mir jetzt mal das Platzdeckchen und brauche ein Stückchen weiß. Gucken, ob ich das durch meine kleine Sidekick kriege. Aber ich glaube schon. Da musste ich jetzt doch auf meine große Maschine ausweichen. Das hat doch nicht ganz gepasst. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Und dann schneide ich mir jetzt den Briefumschlag einmal aus. Oh, ich glaube schon nicht noch irgendwas. Und dann kennt ihr das ja. Dann ziehen wir einmal die Trägerfolie ab. Legen das einmal auf. Und dann haben wir ja den schönen Spadel dabei. Hier, dieses Holzstäbchen. Und dann fangt ihr einfach an zu rubbeln. Und schon haben wir unser Bildchen da, wo wir es haben wollen. Sehr schön. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich würde sogar noch Spritzerchen im Hintergrund machen. Ihr kennt mich, ja? Und da ich ja jetzt meine Sprays da habe, also meine Nouveau Sparkle Sprays. Ich benutze die aber nicht als Spray, das wisst ihr, sondern eher zum Draufklecksen. Und da habe ich mir doch drei Rosatöne besorgt. Müssen wir nur mal gucken, welche das sind. Einmal diese. Natürlich die letzten, die ich greife. So. Das ist ein dunkler Rosaton. Das war ein Orangeton. Und dieses Blush. Ich glaube, ich nehme diesen dunklen Pinkton hier, Japanese Marple. Und mache da jetzt noch ein paar Spritzerchen drauf. Alles wegpacken, was nicht besprudelt werden darf. So. Nochmal schütteln vorher. Und dann klicksen wir einmal rum. Moment, der stört mich gerade ein bisschen. Ich denke, das reicht schon, weil die Spritzerchen ja relativ dunkel sind. Und so. Haben wir das auch. So, das kann noch ein bisschen trocknen. Dann machen wir jetzt währenddessen den Spruch. Und da habe ich mir jetzt dieses Set hier rausgesucht. Der hier unten ist so schön. Jeder Augenblick hat eine besondere Botschaft. Und den würde ich jetzt ganz schlicht einfach mit Grau auf Weiß stempeln und dann ausschneiden. So, ihr seht ja auch, ne? Wenn man mehrmals rüber geht, wird es immer dunkler bei dem Grau. Aber das finde ich immer ganz spannend. Weil dann kann man das auch variieren. So, das jetzt einmal zurechtschneiden. Einfach nur gerade. So, ich hoffe, das ist jetzt soweit trocken. Und dann soll unser Briefumschlag hier unten links am besten hin. Genau. Den setze ich ein Stückchen höher. Da muss ich nur mal meine großen 3D-Punkte finden. Die sind ganz unten natürlich. Und da würde ich dann gerne noch direkt an das Platzdäckchen Nylongarn mit anbringen. Und ich glaube, ich habe gerade schon mal geschaut, das Kupferrosé dürfte ganz gut zu unserem Hintergrund passen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Den Spruch mache ich mal zum Schluss. Und ich würde gerne mal eine Doppelschleife probieren. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Aber ich würde schon gerne so ein bisschen mehr jetzt gerade da dran noch haben, weil meine Idee war, eigentlich noch etwas in den Hintergrund zu packen. Würde ich aber jetzt irgendwie ein bisschen viel finden. Deswegen hätte ich jetzt gerne noch irgendwie noch eine riesengroße Schleife. Bin ich nur am überlegen, wo packe ich die hin. Ob ich die hier unten hin packe, ob ich die hier oben hin packe. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, die Schleife hier runter zu packen. Und die Punkte waren doch noch nicht ganz trocken. Seht ihr das? Ich bin leider beim Schleifebinden ein bisschen draufgekommen, habe versucht, das ein bisschen zu retten. Ärgerlich, ärgerlich. Sieht wirklich nicht schön aus. Naja, gut, zur Not mache ich die Karte nochmal neu. Wäre ja kein Problem. Geht ja relativ schnell. Und der Spruch soll jetzt hier mit hin. Je nachdem, wo euch am besten gefällt. Man könnte auch einen kleineren Spruch nehmen. Aber ich finde das eigentlich ganz gut so. Dann packe ich mal hier hinten 3D-Punkte drauf, damit das nicht in der Luft hängt. So. Und vorne gebe ich ein bisschen Kleber drauf. Damit das an unserem Briefumschlag klebt. So. Dann kommt das jetzt hier einmal so hinter die Schleife. So. Und man erkennt ja trotzdem noch, dass es ein Briefumschlag ist. Der ist ja nicht ganz überdeckt. So. Die Schleife kann ruhig rüberragen. Ich würde gerne was ausprobieren. Ich habe ja meinen Wink of Stella in durchsichtig. Also es ist nur Glitzer. Und ich würde gerne diese rosenen Blümchen hier gerne noch so ein bisschen beglitzern. Aber irgendwie fehlt mir da drin was. Und mal gucken, ob das schön wird. Ich schaue mal eben, ob der noch macht, was er machen soll. Aber das sieht gut aus. Nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen über die Blüten, damit die so ein bisschen glitzern. Weil unser Hintergrund glitzert ja auch so schön mit diesen Punkten. So. Nur diese eine Blume hier. Genau. Und das reicht schon. Könnt ihr das sehen? Ich komme euch ja dann eh nochmal ein bisschen näher. Aber da funkelt es schon. Zeige ich euch dann gleich nochmal. Und ich suche mir jetzt mal Nuvos raus. Vielleicht kriege ich das hier noch irgendwie, ja, schön so schnell mal umgedacht. Weil ich keine passenden Nuvos gefunden habe. Und ich habe mich jetzt für diese Pailletten hier entschieden. Das ist so ein dunkelbunter Mix. Nennt sich Razzle Dazzle. Packe ich euch unten rein. Und damit kann ich super diese Punkte hier kaschieren. Und die haben zwar alle die gleiche Größe, aber das muss heute auch so mal gehen. Und so schnell ist eine Karte gerettet. Ich konnte wirklich richtig gut die Punkte überdecken. Das sah wirklich nicht schön aus. Und zwar sind jetzt hier so ein paar Fetzen, weil ich ja versucht habe, das weg zu radieren. Aber das kann man eventuell mit ein bisschen Wasser noch platt drücken. Und ich finde sie wirklich schön geworden. Es ging mal wieder schnell. Ihr kennt das ja. Hier seht ihr auch nochmal die schönen Blümchen, die hier so ein bisschen glitzern und funkeln. Weil, wie gesagt, hat mir irgendwas gefehlt. Und ich finde das sehr schön, wenn es dann solche Sachen gibt, wo man so einen kleinen Akzent setzen kann. Und wie gesagt, hier ist die Rückseite. Ich finde das sehr schön, wenn das hier hinten noch weiter geht. Auch hier hat es einen lang gezogen, aber das macht jetzt nichts. Ist ja nur die Rückseite. Aber das macht ein schönes Bild, wenn das so nach oben weiter verläuft. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr findet wie immer alles unten in der Infobox. Falls natürlich Fragen sein sollten, könnt ihr gerne fragen. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch jetzt selbstverständlich einen wunderschönen, zauberschönen und sehr kreativen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Tschüss!